Also, was ist passiert? Wozu soll ich noch mit dir reden? Hey, okay, ich hab falsch reagiert und es tut mir leid. Jetzt sag schon, komm. Wir waren auf dem Zimmer. Er schenkt mir was ein, wir trinken ein Glas. Und als ich gerade gehen will, fängt der Typ an sich auszuziehen und sagt, ob ich die besten 10 Minuten meines Lebens verbringen will. Und ich sage, das sollten wir beide jetzt mal ganz schnell vergessen. Dann packt er mich und wirft mich aufs Bett. Ey, das ist nicht für Sie bestimmt. Ich höre so viele Sturries. Es geht hier rein und da wieder raus, keine Sorge.